Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Etwas vom Beste gegen den Durst ist halt immer noch ein Glas Mineralwasser. Mineralwasser führt dem Körper eben nicht nur Flüssigkeit zu, sondern es versorgt dann auch mit wertvollen Salz und Mineralien. Goet platzt Mineralwasser bei bekannten und renommierten Quellen in verschiedenen Regionen der Schweiz abfüllen. Eine dieser Quellen ist in Wiesenburg-Berg im Simmental. Dank der stark mineralisierenden Gesteinschichten sprudelt das Wasser hier johre aus, johrein, in einer ausgezeichneten Qualität aus dem Boden. 200 Meter tief im Abgrund ruscht der Bunschenbach. Dort unten ist der Eingang zur Quelle. Im Berg wird das glasklare, erdig-frische Mineralwasser aufgefangen und gefasst. Auf dieser leistungsfähigen Anlage im Tal unten wird das Mineralwasser anschliessend in Mehrwegflaschen abgefüllt und mit einer vertrauten Coop-Etikette versehen. Und so finden Sie es dann in Ihrem Coop-Laden. Und Sie können sicher sein, es ist von einer Quelle, die einen namhaften und anerkannten Namen hat. Zur Zeit ist das Coop Mineralwasser, das Coca-Cola und auch die beliebten Coop-Getränke mit Fruchtsaft zu Aktionsprisen erhältlich. Zum Anfangen die aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es modische Texte an Kinderkleidern zu besonders günstigen Preisen. Bis am nächsten Zistig gibt es bei Coop, Ali, Picanta und Crécy Essig sind jetzt 40 Kappen günstiger. Eine Büchse Davamal statt 8,80 nur 7,20. Eine Büchse Souchard Express statt 8,75 nur 6,95. Französische Frischkäse Grand Tadou statt 2,95 nur 2,40. Vollwäschmittel in der Grosspackung sind jetzt 3,50 Franken günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Aprikosencake statt 4,20 nur 3,50. Regina Traube aus Italien per Kilo nur 1,50. Auf Wiedersehen! proof aus Italien per Kilo4 engaaka! Pose aus Italien per Kilo4 rs只有 1,50. stuck in Abrikonen per Kilo5 Tiefe Kilo4 surrounds Autore heard from Man cute, als ob es zu funny. Who just tokt, wie auch ein Busber. Wait aber jetzt bin ich boy� Paula, lith AMD Sky. Untertitelung des ZDF, 2020